Der spirituelle Name Tulasidasa. Tulasidasa ist ein spiritueller Name, der Aspiranten gegeben werden kann, die das Rama-Mantra haben. Tulasidasa heißt der Diener der Tulasie-Pflanze, auch Tulsie-Pflanze genannt. Tulasidasa wird meistens ausgesprochen Tulsidas. Der Sanskrit-Wort Tulasidasa wird in Indien verkürzt auf Tulsidas. Tulsie ist Vishnu-heilig und Tulsie gilt auch als die ideale Pflanze. Tulsie-Pflanze gilt deshalb heilig, weil sie heilende Wirkung hat und sie gilt auch als Verkörperung des Dienst an Gott. Tulsie heißt auch die Unvergleichliche. Man könnte auch sagen, Tulasidasa ist der Diener des Unvergleichlichen. Denn Gott ist letztlich unvergleichlich. Ich habe auch einen längeren Vortrag gegeben über Tulsie. Auf unseren Wiki-Seiten findest du einen Video-Vortrag über Tulsie. Tulasidasa also Diener des Unvergleichlichen, der unvergleichlichen, Diener der göttlichen Mutter, Diener derjenigen, die eine Verkörperung der göttlichen Kraft ist. Tulsidas war auch ein ganz großer Verehrer von Rama. Und wenn du den Namen Tulasidasa hast, dann kannst du dich fühlen wie Tulsidas, ständig in Rama-Bewusstsein, ständig Rama dienen wollend und den Segen von Rama als Liebe und Freude jederzeit spüren und durch sich wirken lassen. Und dann beginnst du schon ein bisschen ausgyастиB Avenida und den neck auf.